Vor ein paar Wochen konnten Sie Fragen zu Sicherheit, Kultur, Sport und anderen Sachen eingeben. Am 6. November, am Endeabend, ab 20.30 Uhr, beantworten jetzt der Stadtrat und die Geschäftsleitung der Stadt Wetziker Ihre Fragen. Kommen Sie unverbindlich vorbei, wenn Sie es interessiert, was wir dazu zu sagen haben. Oder wenn Sie auch sonst einfach unverbindlich mit uns ins Gespräch kommen wollen. Wir freuen uns auf Sie. Halb 8 Uhr, alte Turnhalle am 6. November.